Willkommen bei CSR Automotive. Und heute Weltpremiere bei uns. Wir führen ein ganz neues Material ein. Und was für ein Material? Das seht ihr gleich, wenn wir hier die Folie weggemacht haben. Neues Material ist gekommen. Im Übrigen ganz kurz die Facts. Ja, wir haben hier Made in Germany, sogar Made in Bayern. Also gar nicht allzu weit weg hier in der schönen Oberpfalz wird das Material auch hergestellt. Hier in diesem Fall Seidenmatt, Kupfer und angelehnt und kompatibel mit den aktuellen Cupra Modellen. Die sind ja sehr gefragt, wie ihr wisst. Wahrscheinlich hat der ein oder andere an. Schauen wir uns das mal an. So, da haben wir das gute Zeug. Also hier unser ABS PMMA. Dazu kurz eine Erklärung. Also wir haben ganz normal hier unser 4 mm ABS Material. Neuware, im Übrigen verwenden wir keine Recyclingware. So circa gute 3,5 mm oder lassen es ein bisschen mehr sein, ist das ABS Material als Trägermaterial komplett schwarz durchgefärbt. Und darauf kommt dann eine PMMA-Schicht. Also PMMA steht für Plexiglas. Also chemisch gedrängt in diesen Farbton. Wir haben hier extra ein Seitenmattes Material verwendet. Den Kupferton haben wir speziell anmischen lassen. Da gibt es natürlich keine Rezeptur dafür. Und ihr werdet sehen, das passt sehr, sehr gut zu den aktuellen Cupra Modellen. Will allerdings dazu sagen, ganz, ganz wichtig, bevor wir diese Sachen hin und her schicken, weil mit so einer Farbe ist das immer so eine Angelegenheit, passt zu meinem Auto, zu meinem Style und so weiter. Lasst euch vorher einfach mal von uns so eine Materialprobekarte zusenden. Die kostet zwar anfangs Geld, bekommt ihr dann also 9,99 glaube ich im Shop. Richtig. Aber ihr bekommt dann anschließend das wiedergutgeschrieben auf den Einkauf. Das ist im Endeffekt ist das nur so eine Schutzgebühr für uns. Und wenn dann ein Kauf zustande kommt, ist es für euch letztendlich kostenneutral. Und wir schonen die Umwelt. Kein CO2, weil rumtransportiert. Und vor allem wichtig auch, dass Zeugs wieder zur Post bringen, wegfahren und so weiter. Kostet euch nur Geld und Nerv vorher. Musterkarte zukommen lassen. Und ihr wisst genau, was ihr bekommt. Könnt es hinhalten und könnt schauen, ob es matcht. Weil es muss ja nicht nur an den Cupra Modellen angebaut werden. Geht dann alles andere auch. Gerade bei schwarzen Fahrzeugen ist ja sowieso das liebste der Deutschen, ein schwarzes Auto zu kaufen. Können die mir das saugut vorstellen. Ja. Ja. Also von dem her ganz frisch gekommen. Und jetzt noch eine Sache dazu. Wir haben jetzt aktuell eine Tonne. Wenn weg, dann erstmal weg. Ja, der Produktionsaufwand und so weiter. Oder die Maschine auf dieses Material einzustellen und so weiter. Das ist ein großer Aufwand. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben jetzt da eine Tonne zur Verfügung. Wer jetzt da Bock drauf hat, bestellt sie es. Und wenn es dann halt erstmal raus ist, ist es erstmal raus. Wenn wir es wieder auflegen, können wir euch nämlich nicht sagen. Des Weiteren haben wir hier größere Lieferzeiten. Das liegt einfach daran, dass wir mehrere Bestellungen abwarten, bis dann die einzelnen Bauteile da auf dieser Platte so eingesetzt werden, dass wir da keinen unnötigen Verschnitt haben. Deswegen haben wir Lieferzeit, ich weiß jetzt nicht genau. Sechs Wochen sogar. Zirka sechs Wochen. Kann sein, es ist viel früher schon passiert. Aber bis zu sechs Wochen müssen wir da einkalkulieren. Da auch bitte Verständnis für. So, dann würde ich sagen, geht das Zeug in die Fertigung. Und dann gucken wir mal, wie die Sportler hier ausschauen. Und vor allem, wie es am Cupra Vomento ausschaut. Denn wir haben hier ja eine Umfrage gestartet und hat sich ein nettes Pärchen dazu gemeldet und hat ihren Fomento zur Verfügung gestellt. Was haben wir da für einen Basislack? Irgendwie dieses blau-grau Ton. Und dann natürlich Cupra mit den Cupra-Applikationen. Ja, und dann unseren Schäulern drauf in der geilen Farbe. So, da ist das gute Stück. Weiß jetzt jemand, wie die Farbe heißt? Wenn es jemand weiß, mal unter die Kommentare ist wahrscheinlich die am häufigsten für den Fomento verwendete Farbe. Ich glaube auch, ja. Und da passen natürlich diese Elemente hier in diesem Cupra-Ton natürlich klasse dazu. Und dann bin ich mal gespannt, wie das dann mit unseren Teilen matcht. Brandy, was haben wir da alles produziert? So ziemlich alles. Zweimal Heckflügel, einmal Heckansatz. Heckflügel, Heckflügel, also Doppelheckflügel. Einmal unten. Genau, dann noch Seitenschweller. Seitenschweller. Und die Lippe vorne dann noch. Lippe vorne Heckansatz. Genau. Also einmal rundherum. Ja. Wo wollen wir anfangen? Heckflügel am besten, wenn er unten ist. So machen wir es. Wir müssen erstmal reinigen, weil das hast du noch nicht gemacht. Der ist jetzt erstmal grob mal abgespritzt worden, glaube ich. Schauen wir mal, Positionierung ist immer wichtig. Die Idee des Ganzen. Also im Endeffekt läuft ja ein Auto immer trapezförmig hinten zusammen. Das soll ja stromlinienförmig sein. Und der Konstrukteur, der jetzt diesen Spoiler konstruiert, der hat sich eine Position vorgestellt. Also der eine Konstrukteur sagt, ich mache den Spoiler hier hin. Der nächste sage ich, ich mache ihn ganz am Schluss hin. Und unser Konstrukteur hat sich halt gesagt, den mache ich jetzt genau auf diesen Punkt hier. Und zwar auf der auslaufenden Siki hier oben. Also da gibt es unterschiedliche Ideen, wie man das machen kann. Nur, ihr seht, schiebt mal in die Richtung. Wenn man es jetzt zu weit hier rüber schiebt, dann wird der Spoiler zu lang. Schiebt man ihn zu weit noch. Übertreiben wir mal nach vorne. Wird jetzt zu kurz. Jetzt sieht es auch hier ein bisschen doof aus. Und schaut da blöd aus und so weiter. Also, diese Position, die ist unglaublich wichtig, ob das Ding passt, ob es gut ausschaut oder nicht. Und das muss man entsprechend ausmitteln. Wenn ihr da Probleme haben solltet, dann könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Dann geben wir euch ein Maß zum Beispiel von dort bis dort und dann könnt ihr den genau ausmessen. Und dann wisst ihr, wie wir uns das von der Position her gedacht haben. Denn zu kurz, zu lang gibt es in der Regel eigentlich nicht, sondern in den meisten Fällen eben falsch positioniert. Dann, wenn ihr die Position gefunden habt, genau, dann muss da so ein Malerkrepp. Und dann wisst ihr, wo der sitzen muss und dann passt es auch von der Länge her, von der Flucht her. Das haut alles gut hin und die Klebebänder haben Kontakt. So ist das gut. So, und dann tun wir das entsprechend vorbereiten. Das macht mal der Brandy, weil der ist hier der 3M-Spezialist. Wir ziehen mal wieder unsere Ecke ein Stück ab, verlängern uns quasi dann den Hebel. Dann einmal noch das 3M-Tuch zum Reinigen. Dann einmal noch das 3M-Tuch zum Reinigen. Also habt richtig draufknüppeln jetzt auf das Ding da drüben. Jetzt ist die Zeit, wo ihr da ordentlich Druck drauf und Schmackes drauf geben könnt. Könnt ihr mit Bierkasten drauf stellen oder 50er Fesle, ist auch nicht schlecht. Nee, Spaß beiseite. Ein bisschen mit dem Finger runterdrücken, sollte klappen. Und wichtig, nicht direkt auf die Autobahn fahren und irgendwie 300. Genau. Also wichtig ist generell, auch Klebebänder brauchen ihre Zeit, um sich dann zu verbinden. Man sagt so 3-4 Stunden Karre mal stehen lassen, zu Fuß gehen, E-Roller, Red Bull trinken, was auch immer. Voilà. Fertig hätte ich gesagt. Sitzt auch gut. Sitzt gut, passt gut. Wichtig ist die Verbindung hier, dass da die Luft nicht drunter krabbeln kann. Da dürfen maximal ein, zwei Millimeter sein. So ist das hier auch. Und dann krabbelt eben der Wind hier nicht drunter und hebelt euch den Spoiler ab. Das ist immer wichtig bei all den Dingen, die gegen den Wind stehen. Aber hier haben wir ordentliche Spaltmaße und vor allem das Klebeband, das hier ist, das dichtet auch gleichzeitig dann eben hier den Windkanal sozusagen ab. Perfekt, super. Machen wir gleich weiter mit dem Nächsten. Da sagen wir jetzt auch gar nicht viel dazu. Das Prinzip ist gleich. Nein, klar. Und das ist hier unten natürlich nicht anders. So, jetzt der gute Heckansatz. In dem Fall keine Anhängerkupplung. Anhängerkupplung wäre es aber in dem Fall auch nicht unbedingt so extrem tragisch. Denn hier, kennt ihr vielleicht alle hier so dieses, wie sagt man da, Klett? Klett, ja, das Klett. Also es gibt hier von 3M eben so ein Klettband und da kommt dann eben das eine dort und das andere, das Filzige dort und das Klettende dort oder umgekehrt dann eben dran. Und dann kann man das Ding nämlich so wegmachen. Mit Klett. Funktioniert soweit auch. Ist aber dazu zu sagen, dass natürlich das Klett etwas aufträgt und ja, da habt ihr halt irgendwie ein Spaltmaß. Ja, aber irgendwo, ne, die alten Anhänger-Jungos. Also auch die Anhänger. Ganz einfach. Klar. Das Thema hatten wir ja schon mal mit dem Anhänger. So. Boah. Vom Ende auch mit Anhänger. Schaut doch eh eh irgendwie komisch aus, oder? So ein Coupé-Form. Dann Anhänger dran. Obwohl, du bist ja so ein Wohnwagen-Typ, ne? Ja, sowieso. Hänger muss immer sein. Hänger. Echt? Besser mit dem, mit dem Fortern den Hänger. Nee, der darf keine Hängerkupplung haben. Habe ich schon versucht. Gibt es leider nicht. Okay, also ihr seht, der schaut ganz cool aus. Passt soweit ganz gut. Montage genau gleich. Wir ziehen das Ding mal kurz auf die Seite, dann reinigen wir. Also in dem Fall machen wir nochmal einen Primer vorher drauf. Der Primer ist dafür da, damit er eine spezielle Verbindung zwischen dem Klebeband und dem Lack herstellt. Gerade bei schwierigen Lackverhältnissen oder Teilen, die starker aerodynamischer Veränderungen ausgesetzt werden, ist das sinnvoll. Den könnt ihr bei uns nachordern. In dem Fall wäre er jetzt bei dem Heckansatz dabei. Wenn ihr irgendein Bauteil habt, wo er sagt, ob da das 3M-Klebeband richtig klebt, dann verwendet ihn. Er schadet nicht. So, und dann lassen wir den kurz ablüften. Sau wichtig. Könnt ihr da beschleunigen, indem ihr dann hier diesen macht hier. Ein Föhn? Ne, es dauert keine Ahnung. Wie lange musst du den 5 Minuten ablüften lassen? Willst du als erstes? Ja, weil du... Unten zuerst? Ja, weil du hast ja jetzt manche so ganz abgezuppelt, ne? Nur die da. Ja, ja, jetzt klebt alles gut, ne? Bist du richtig jetzt? Jetzt bin ich richtig, ja. Ich auch. Ja. Boah. Ja, der Abschneitsgeschichte, der Park-Sensor ist bei dir aber groß. Ach, das ist schlecht. Also auch hier empfiehlt sich dann, das Positionierungsband vorher zu kleben. Da waren wir jetzt ein bisschen nachlässig. Merkst du ja, Brandy, ne? Der hat schon wieder Bock auf Feuer haben. Immer. So, na, schaut super aus, passt gut. Also da finde ich jetzt zum Beispiel die Farbkombi natürlich schon super. Ja. Grundsätzlich ist natürlich sowieso euch das freigestellt. Wir haben jetzt hier bewusst mal alles in diesen Kupferton reingeballert, was ging bei uns. Letztendlich kann man da natürlich sagen, man nimmt das eine oder andere Schwarz-Hochglanz. Ich würde jetzt wahrscheinlich den Flügel, würde ich jetzt persönlich Schwarz-Hochglanz nehmen, weil da wäre es mir vielleicht ein bisschen too much. Hier in dem Fall, die Partie finde ich zum Beispiel klasse in dem Farbton. Schweller kommen auch, glaube ich, dann auch. Und die Schweller kommen auch. Sehr geil, das glaube ich nämlich auch. Oh, ich denke mal alles, wo sowieso standardmäßig schon dieses Schwarz-Hochglanz drunter ist und dann gehst du mit dem nochmal drauf. Ja. Sahne. Und jetzt dürfen wir auch nicht vergessen, hier kunstlich grell ist, bam, bam, bam. Das wird noch ein bisschen ticken dann dunkler, aber das sehen wir ja dann, wenn wir so einen kleinen Carpon damit drehen. So, weiter geht's. Da haben wir einmal Schweller. Ja. Ich mach sauber. Da müssen wir auch primen und wieder. Auf jeden Fall, weil das hat das breite Krebeband. Wenn man hier sieht, ist das dicke Klebeband. Genau. Das hält auf jeden Fall. Wenn es richtig montiert ist, hält es bombenfest. Wir haben mit dem R8 über 300 gefahren. Spoilerlippe vorne. Handpressdruck von locker 50, 60 Kilo. Und das Klebeband ist einfach nur noch der absolute Hammer. Und wichtig ist halt, dass man da auch ein qualitativ hochwertiges nimmt. in unserem Fall von 3M. Und da muss ich den Jungs echt sagen, also es gibt meines Erachtens kaum besseren Herstellern. Und dann gibt es aber auch dort Qualitätsunterschiede. Also da sparen wir nicht. Wir möchten ja nicht den Anruf haben. Seitenschweller steckt in der Windschutzscheibe des Duchess, der hinter mir fuhr. Dann natürlich auch wieder schauen, ob es passt. In dem Fall ist der zweiteilig, weil der Fomentor den Schweller an der Tür hat. Also es ist die Tür, die öffnet sich. Und deswegen macht ein Teil natürlich keinen Sinn. Also wenn einer Bock hat, dass die Beifahrerin nicht mehr aussteigen kann, wir können den auch weglassen, die Trennung. Dann ist es ein Teil. Dass daheim gut ankommt, ist die andere Frage. Schaut auch gut aus, ne? Da ist echt die Positionierung eigentlich... Also die müsste man finden, weil die geht mit der Kante oben mit und schließt vorne und hinten genau bündig ab. Da sollte das echt dann gar keine Probleme mehr geben mit dem Positionieren. So, auf geht's. Musik Bis zum nächsten Mal. 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 Das funktioniert aber natürlich alles, wenn man aufpasst. Zack und oben durch. Das Rad bauen ist auch immer cool. So Brandy, super Arbeit. Das Ding ist dran. Wie ihr sehen könnt, hier in unserem neuen Seitenmatt Kupfer. Denke ist eine geile Sache. Ob ihr und wie ihr und was ihr dann letztendlich kombinieren wollt. Und ob ihr das mit einem Cupra Fahrzeug kombinieren wollt. Oder mit einem schwarzen, was weiß ich, 3er BMW oder was auch immer. Vielleicht habt ihr Felgen, die einen ähnlichen Style sind. Es geht ja da auch sehr viel in Kupfer, Magnesiumtöne und so weiter und so fort. Das ist ja der Trend in diesem Jahr. Wie gesagt, bitte lasst euch vorher am besten nochmal so eine Musterkarte von uns zusenden. Apropos Musterkarte. Dann bekommt ihr nämlich hier so ein Stückchen von uns zugesendet. Hier. Und da haben wir mal so eins rausgeknappert aus unserer schönen Platte. Und jetzt ganz kurz was den Scratch Test. Ich habe ja vorhin gesagt, durch den Verbund verschiedener Werkstoffe haben wir eine relativ gute Kratzfestigkeit. Und das ist ja immer das Problem. Die Steinschläge. Und schaut ihr her. Nichts. So, und wie ihr seht, Fahrzeug ist fertig. Kurzdefekt. Kupfer, Seidenmatt. Sechs Wochen Lieferzeit ungefähr. Ungefähr sechs Wochen Lieferzeit. Eine Tonne begrenzt aktuell. Also wer Bock drauf hat, zuschlagen. Und im Idealfall vorher die Musterkarte mal anfragen, damit man nicht unnötig hin und her schicken, falls die Farbe nicht mit eurem Farbkonzept matchen sollte. Ja. Ansonsten genießt jetzt den Carporn. Ich würde sagen, bevor es noch schlimmer wird mit dem Regen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sehr sehr. Ciao. We're here. We're here. Tun�imento. We're here. We're here. torture manque aber nicht we're here. fake intent Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020